ja was soll ich dazu sagen das ist das höchste was ich jemals gehört habe das ist immer selber immer wann immer wann brennt in hüttelt auf der hut rufen sie mich auf was soll was ist zu machen wo umstehen aufstehen anstehen wo es interessiert mich lasst es mich aufklären kraft meiner herrlichkeit kann ich sagen ich habe alles versucht was in meiner macht steht getan ist zum helfen wir sind nichts zu deppert ich bin am forschungs dienstag als rapid geist verkleidet noch mal das burg eine kreis ins zentrum und hockt oder grün gesungen aber unterm strich muss ich leider sagen ist rapid unter dem strich das und das zurecht und tust zurecht weil die leistung gegen das martus burg das war kriminell das war freche das war an der grenze zu illegalen qualität da muss man froh sein dass der kick bei den kick in den stadion sitzt und das ausschaut wird der nimmt die hohe mannschaft mit ins sicherungshof nicht dass wenigstens einmal am strafraum von ihnen sehen das ist ja das ist ja das ärgste aber das aller ärgste was sie ist dass die rapide jetzt die austria braucht als schützenhilfe steigbühle halter das sind das aufgekommen das meister playoff nicht deshalb überhaupt noch nicht glaubt dass der lebron james a lotter braucht dass ein karlbeine trifft oder der massel hirsch auch nah wird dass er sich in die stange nicht verfolgt wo gibt es denn sowas habe ich in kühlbauer aufgerufen habe ich gesagt das ist nicht besser es braucht kein meister playoff meister playoff wenn ich das schon her playoff habe ich gesagt die idee a playoff das ist ein kletterbegabter dschungelbewohner mit flatulenzen ja es braucht die austria das aufweck und ihr spielt es nicht im playoff ihr spielt es im cup der guten hoffnung aber sonst sogar nirgends also unterm strich wo sie sagen ohne violett sehe ich für grün leider schwarz dankeschön